Hier sehen Sie das Frühstücksküche in Rio, wie Müsse da nicht ist. Langsam in den Räumen. Roussons. 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 Einheitlich zelt. Roussons. Hier haben wir verschiedene Alaten. Joghurt, Caglimit. Niederen Nyschuhl. Hier drüben frisches Obst. Hier gibt es auch noch Wurst und Hässe. Und hier ist der nächste Speisesaal, der gibt es dann wieder davor und für Babies geeignet, hier ist dann der Kaffeeautomat, hier kann man sich holen, White Coffee, Caffee, Cappuccino, Hot Order, Schokolade, verschiedene Taysortes, da ist eigentlich alles da.